Willkommen zum zweiten Teil von Let's Build a Compiler. In diesem Teil zeige ich euch, wie ihr beliebige Zahlen als Operanten akzeptiert und wie ihr Kettenrechnungen in der Ahntler-Grammatik beschreibt. Bis jetzt ist unser Parser zugegebenermaßen höchst langweilig. Alles, was unser Parser kann, ist die Berechnung 3 plus 2 zu parsen, sonst nichts. Er kann auch nicht mal 1 plus 1. Das ist schon wirklich sehr einfach. Also wollen wir als nächstes unseren Parser erweitern, sodass er jede beliebige Zahl akzeptiert. Wir öffnen dazu wieder unsere Grammatik und werden als erstes mal uns mit Lexer-Regeln beschäftigen. Wir haben bis jetzt hier implizite Lexer-Regeln. Das sind nämlich diese drei hier, drei implizite Lexer-Regeln. Wir könnten diese auch so schreiben, dass wir sagen, 3 ist eine 3 und plus ist ein plus. Und das gleiche jetzt natürlich auch noch mit der 2. Ihr könnt es euch denken. Und dann könnten wir hier oben schreiben, 3 plus 2. Was macht denn diese Lexer-Regeln? Als erstes läuft ein Lexer über unseren Input-Source-Code und danach erst der Parser. Wie sieht das aus, was der Lexer uns so ausgibt? Auch hierfür können wir unser Test-Trick wieder zur Hand ziehen. Es hat nämlich neben den Optionen, die wir bis jetzt gesehen haben, auch noch die Option Tokens. Die Tokens-Option gibt uns die Tokens aus, die der Lexer für uns generiert hat. Das bedeutet, ich suche wieder den Befehl raus. Da ist er ja. Nein, wir schreiben keinen Blödsinn dahinter. Und diesmal mit der Option Minus Tokens. Hier seht ihr jetzt, was dabei rausgekommen ist. Wir haben nämlich vier Tokens. Einmal das D3, das Plus, die 2 und das EOF. Im Moment sind unsere Tokens zufälligerweise alle genau ein Zeichen lang. Aber das muss nicht so sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Zahl 42 hätten, dann hätte unsere Zahl zwei Ziffern und die wollen wir dann zu einem Token zusammenfassen. Als Mensch, wenn wir einen Text lesen, dann machen wir das automatisch. Wenn wir eine Zahl lesen, dann nehmen wir die meistens nicht als einzelne Ziffern wahr, sondern eben als eine zusammengehörige Zahl. Und das ist das, was der Lexer für uns macht. Er fasst so etwas, was aus mehreren Zeichen besteht, zu nur einem sogenannten Token zusammen. Als letztes haben wir hier noch das EOF-Token. Das heißt einfach End of File. Da geht uns einfach nur die Nachricht für unseren Compiler, dass die Datei zu Ende ist. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Zeichen aus unserer Datei. Jetzt wollen wir allerdings jede beliebige Zahl akzeptieren. Das heißt, ich erstelle eine Lexer-Regel Zahl. Und hier kann ich jetzt einfach sagen, in eckigen Klammern 0 bis 9, das sind reguläre Ausdrücke. Wenn ihr reguläre Ausdrücke kennt, dann könnt ihr das schon lesen. Wenn nicht, ist es nicht sehr schwierig. Die eckigen Klammern heißt einfach ein beliebiges Zeichen aus dieser Range, die ich hier angegeben habe. Also ich nehme das bloß nochmal weg zur Erklärung. 0 bis 9 heißt jetzt an dieser Stelle entweder eine 0, eine 1, eine 2, 3 und so weiter bis 9. Eins von denen. Jetzt will ich das natürlich noch quantifizieren, weil ich will ja auch 42 akzeptieren können und nicht nur die Zahlen 0 bis 9. Und als Quantifizierer haben wir zum Beispiel das Plus. Wenn ich ein Plus dahinter schreibe, dann bedeutet das mindestens einmal, aber beliebig häufig. Dann müssen wir natürlich auch unsere Regel hier oben anpassen. Und wir schreiben dann Zahl. Das Plus lasse ich erst nochmal so, wie es war. Plus eine weitere Zahl. Jetzt müssen wir wieder unseren Prozess durchgehen. Und einmal Antler ausführen. Das habe ich hier noch irgendwo. Soviel dazu. Dann müssen wir die neuen Dateien wieder kompilieren. Und jetzt können wir wieder unseren Baum generieren lassen. Und dann den neuen Baum anzeigen lassen. Und oh Wunder, er hat sich nicht geändert. Weil ich habe ja auch an unserem Source-Code, den wir parseln, nichts geändert. Macht aber nichts, machen wir als nächstes, um zu beweisen, dass es tatsächlich jetzt auch mit beliebigen Ausdrücken geht. Also öffnen wir unsere Code.demo-Datei und schreiben jetzt hier statt 3 plus 2, 3 plus 42. Schließen dies und lassen unser Test-Trick wieder drauf los. Ja, das war schon richtig. Und dann zeigen wir uns, lassen wir uns den Baum anzeigen. Und wie ihr seht, es hat sich geändert. Unser Baum enthält jetzt auch die 42. Und unser Parser kann jetzt jede beliebige Addition aus zwei Zahlen wahrnehmen. Als nächstes wollen wir auch noch Kettenausdrücke unterstützen. Also erweitere ich zunächst unseren Beispiel-Code. Füge hier hinten noch plus 5 plus 6 an. Und schon haben wir unsere Kettenrechnung. Was passiert, wenn wir diese Rechnung jetzt auf unseren aktuellen Parser loslassen? Wir generieren den Baum, schauen uns den Baum an und stellen fest, es hat sich nichts geändert. Wie kommt das? Warum wurde das plus 5 plus 6 einfach ignoriert? Schauen wir dafür in die Grammatik. Hier seht ihr unsere Parser-Regel Addition, die einfach nur nach einer Zahl sucht, danach einen Plus und dann noch einer Zahl. Und danach hört sie einfach auf. Egal was danach noch kommt, es wird ignoriert. Das wollen wir jetzt als nächstes ändern. Hierfür haben wir mehrere Möglichkeiten. Die offensichtlichste Möglichkeit ist, dies einfach iterativ zu ändern. Das bedeutet, wir erstellen hier eine Gruppe und sagen, der Teil darf beliebig häufig vorkommen. Dadurch wird es ermöglicht, dass jetzt Zahl plus Zahl plus Zahl plus Zahl so oft wie es will vorkommen darf. Probieren wir mal aus, was mit dieser Grammatik mit unserem Baum passiert. Ich erzeuge zunächst den neuen Parser, kompiliere den Kram und dann generieren wir den Baum. Zeigen uns den Baum an und tatsächlich, es hat funktioniert. In unserem Baum steht jetzt auch noch plus 5 plus 6. Allerdings, leider schade, das können wir nicht mehr auf das anfangs vorgestellte System anwenden, dass wir jetzt durch den Baum Postorder durchgehen, um unsere Instruktionen für den Prozessor zu erhalten. Wenn wir hier Postorder durchgehen, dann würde das bedeuten, also wir die Pluszeichen dabei ignorieren, dann würde das bedeuten, dass wir zu 3, 42, 5, 6 und dann Additionen kommen. Und das sind definitiv zu weniger Additionsinstruktionen. Also ist es besser, wenn wir uns was anderes ausdenken, damit wir unser System beibehalten können. Was wir da jetzt tun können, ist unsere Regel rekursiv aufzubauen. Dafür öffnen wir wieder unsere Grammatik und entfernen unsere iterative Definition hier und ersetzen sie durch eine rekursive Definition. Das funktioniert ganz einfach. Wir schreiben hier statt Zahl Addition und jetzt kann der Parser jedes Mal, wenn er diese Additionsregel hier auswertet, nicht nur an der Stelle eine Zahl erwarten, sondern wieder eine Addition. Allerdings ist die Rekursion im Moment noch endlos. Wir brauchen auch eine Abbruchbedingung. Dafür geben wir hier eine Alternative an, indem wir ein O da hinschreiben. Das müsst ihr auch nicht in einer neuen Zeile schreiben, so wie ich es jetzt gerade tue, aber das ist das, was die Konvention so sagt, wie man es am Ende noch ordentlich lesen kann. Und schreiben hier nochmal Zahl hin. Jetzt kann also eine Addition bestehen aus einer Addition, die einfach nur eine Zahl ist, plus eine weitere Zahl. Oder die Addition kann bestehen aus einer Addition, die wiederum eine Addition ist, die dann vielleicht erst eine Zahl ist und dann geht die Rekursion wieder zurück und es kann wieder Pluszahl und nochmal Pluszahl kommen und dann sind wir wieder oben angelangt. Schauen wir uns an, wie das jetzt in unserem Baum aussieht. Ich erstelle also zunächst wieder den Parser, dann kompilieren wir den Parser und generieren den Baum. Schauen uns den Baum an. Jetzt seht ihr hier eine rekursive Definition von unserem Baum. Die linke Seite unseres Baums ist jeweils wieder eine Addition. Ihr könnt unsere ursprüngliche Rechnung in der Diagonale hier unten ablesen, nämlich 3 plus 42 plus 5 plus 6. Und wir können mit unserem Compiler nachher ganz einfach aus diesem Baum unsere Instruktionen generieren. Leider kann ich euch die Verwirrung im Moment nicht ersparen, dass hier dieser Teil des Baums einen Sonderfall darstellt, denn er hat nur ein Kind und wir dürfen hierfür nachher in unserem Compiler keine Additionsinstruktionen generieren. Das wird uns aber im Compiler später keine Probleme machen. Das ist leider das Einzige, was ich euch dazu im Moment sagen kann. Für den Rest funktioniert das sehr gut. Wenn wir jetzt hier links durchgehen, also immer zuerst die linke Seite, dann die rechte Seite, dann den Wurzelknoten und das hier als Sonderfall nur als 3 annehmen, dann haben wir 3, 42, addieren, 5, addieren, 6, addieren. Und damit kommen wir mit den richtigen Instruktionen raus, mit der wir diese ganze Berechnung hier durchführen können. Das war der zweite Teil von Let's Build a Compiler. In folgenden Teilen werden wir weitere Operatoren hinzufügen, inklusive Punkt-vor-Strich-Regelung, ausführbaren Code erzeugen und vieles mehr. Auch diesmal findet ihr in der Videobeschreibung wieder einen Affiliate-Link zum Buch The Definitive Antler for Reference, bei dem ich ein paar Cent abbekomme, wenn ihr darüber das Buch oder auch einen Kühlschrank kauft. Danke an Garderol, der mir für die Aufnahmen Sendstudio zur Verfügung stellt und euch danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut wieder rein, wenn es heißt Let's Build a Compiler. Mein Name ist Yenki. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.